Willkommen zur achten Folge Brettspiel News Event. Ich bin Johannes und in dieser Folge rekapituliere ich mit Peter und Philipp das Asmodee Presse Event vom 26. Januar. So, wir sind heute zu dritt und wollen über das Asmodee Presse Event sprechen, was heute am 26. Januar war. Also für euch ist es dann vor ein paar Tagen gewesen, weil das wird nicht heute veröffentlicht, aber für uns ist noch heute. Und uns, das bin nicht nur ich, sondern mit mir da ist auch der Philipp. Hallo. Hallo. Und der Peter. Hi. Moin. Ja, sehr schön. Genau, wir haben uns heute vier Stunden lang ungefähr den Livestream von Asmodee angeschaut, angehört. Da gab es unterschiedliche Interviews, einige Spiele wurden vorgestellt, es gab ein paar Neuerungen, Neuheiten wurden, je nachdem, Neuheiten, Neuankündigungen, je nachdem. Und darüber wollen wir ein bisschen sprechen, das ist ein bisschen, ich weiß nicht, chronologisch durchgehen über einige Dinge, vielleicht ein bisschen ausführlicher reden, was wir spannend fanden. Und einige Dinge, die wir nicht so spannend fanden, übergehen wir vielleicht ganz galant. Was ist denn vielleicht so kurz zum Einstieg euer Eindruck von den vier Stunden gewesen? Was habt ihr mitgenommen? Ja, was soll man davon alles mitnehmen? Also im Prinzip haben wir ja nur auf Neuankündigungen gewartet, also neue Spiele oder neue Übersetzungen oder irgendwas, sowas in der Richtung. Da haben wir drauf gewartet, davon war es dann schon recht wenig. Ja, es war eine sehr lange Presseveranstaltung, die auch leider sehr langweilig war. Aber es waren zumindest ein paar neue Sachen dabei. Bitte was? Sehr galant, Philipp. Ja, aber es war halt wirklich langweilig, das kann man ja nicht anders sagen. Aber es waren auch ein paar interessante neue Ankündigungen dabei, also auch ein paar Sachen, die ich noch nicht wusste. Genau, aber ich sehe das genauso, also die Uhrzeit hat mich ein bisschen verwirrt. Also wir haben ja genau vier Stunden gegen diese ganze Veranstaltung an einem Mittwoch und es ging um 13 Uhr los. Da fragten sie sich so ein bisschen, was denn da eigentlich die Planung war, ob sie von vornherein einige Leute absichtlich ausschließen wollten. Nee, keine Ahnung, also das würde mich wirklich mal interessieren, wie es dazu kam, weil das wurde auch gar nicht aufgeklärt, was da der Gedanke dann da war. Ich sehe das ähnlich. Ich fand es sehr, sehr lange und für das, was man am Ende da rausgezogen hat, glaube ich, gerade für Leute wie uns und vor allem auch wie die anderen Kolleginnen, die sich schon sehr viel mit Brettspielen auseinandersetzen, da war halt schon sehr viel bekannt. Da hätte man, glaube ich, deutlich mehr Neues präsentieren können oder sollen und das fand ich ein bisschen schade. Genau, oder das ganze Event einfach ein bisschen kürzer machen und dann einfach die Sachen weglassen, die sowieso alle schon wissen. Genau, und das Gute daran ist aber, dass wir das jetzt umso schneller zusammenfassen können für alle, die das jetzt hier hören. Es wird keine vier Stunden dauern. Versprochen. Wir machen keine Live Reaction. Genau, wir bringen komprimierte Informationen. Genau, angefangen hat es mit einem Gespräch mit dem neuen Geschäftsführer von Asmodee, das ist ja Udo Fischer, der hat sich so ein bisschen vorgestellt, hat über einige Dinge geredet und da gab es dann tatsächlich am Anfang so ein paar neue Informationen, die ich und ich glaube, wir alle vorher noch nicht hatten. Nämlich einmal, dass Asmodee so ein bisschen ins Puzzlegeschäft einsteigen möchte, indem sie scheinbar Puzzle zu bekannten Brettspielen veröffentlichen. Die starten mit Dixit-Puzzlen und bei den Dixit-Puzzlen sollen dann auch immer eine Dixit-Promokarte dabei sein, die es sonst nirgendwo gibt. Und wie ich das verstanden habe, wenn das gut läuft, wird es auch weitere Puzzle geben zu anderen Spielen, aber da wollte man oder konnte man noch nicht so viel mehr sagen. Genau, das fand ich jetzt auch ganz interessant, das war einer dieser neuen Sortimentbereiche, die Asmodee ja schon in seinen Pressemitteilungen der letzten paar Wochen so angeteasert hat, da war immer die Rede von neuen Sortimentbereichen, Puzzle war dann eben der eine davon und ja, das war dann auf jeden Fall schon eine Neuigkeit, aber jetzt vielleicht nicht so das Interessanteste für Leute wie uns und wahrscheinlich auch die meisten, die zuhören, jetzt nicht das, was die vom Hocker haut. Nee, aber ich fand's ganz spannend, weil Frosted hat das jetzt ja, ich weiß, wann war die Spiele-Schmiede-Kampagne zu diesen Frosted-Games-Puzzlen, die war glaube ich Ende letzten Jahres, ne? Wo so ein paar Cover von Brettspielen liefen. Ich glaube früher, also ich glaube schon, also ich würde fast sagen, also zu essen war das doch eigentlich schon, sollte das doch schon fertig sein, es hat noch nicht geklappt, oder? Bestimmt, aber die sind noch nicht, doch, die sind schon ausgeliefert auch, ne? Ich glaube auch. Ich habe auf Twitter Bilder gesehen. Ja, ja, die sind schon ausgeliefert. Ja, genau, ja. Aber die Kampagne lief ja irgendwie nicht so gut, aber scheinbar gibt's ja dafür einen Markt zu geben, dass jetzt Asmodee auch sagt, wir möchten so in die Richtung gehen. Ach, gerade bei Dixit bietet sich das ja eigentlich total an, also diese Bilder weiter zu verwerten, wobei er glaube ich auch gesagt hat, dass die Künstler, die eben, oder der Künstler, der Dixit gestaltet hat, ich weiß gar nicht, wer das war oder wie viele das waren, dass die auch eben neue Motive gestalten werden. Das war tatsächlich im April letztes Jahr. Das ist Corona, ne? Zeit vergeht nicht so, wie man das denkt. Genau. Wirklich ganz knapp auch nur finanziert, sehe ich gerade, ne? Also ganz knapp über die Linie haben sie das gerettet. Ne, was du eben gar nicht erwähnt hast, Johannes, du hast zwar wunderbar erklärt, dass es losging mit einem Interview von Udo Fischer, aber das ganze Event wurde natürlich moderiert. Also von Robin de Kler, der hat als Pressesprecher von Asmodee natürlich erstmal alle willkommen geheißen, so ein paar Rahmenbedingungen erklärt und hat einfach auch durch das ganze Event geleitet. Also wenn Johannes da gerade sagte, das gab ein Interview, dann war das eben Robin de Kler, der Udo Fischer interviewt hat. Natürlich möchte ich Robin nicht unterschlagen. Wenn ihr da noch mehr zu Asmodee wollt, wir haben auch mal einen Podcast, einen Interview-Podcast mit Robin und ich glaube, das andere müsste Sebastian von Asmodee gewesen sein. Da könnt ihr mal reinhören. So ein bisschen Informationen zur Arbeit von Robin und zur Redaktion bei Asmodee. Genau, und die zweite große Information am Anfang, die mich jetzt persönlich auch nicht so interessiert, weil ich da gar nicht drin bin, aber Asmodee möchte auch ins Rollenspielgeschäft einsteigen und startet da halt mit, ich glaube, es waren vier D&D-Bücher, die die zusammen mit Blackfire rausbringen. Genau. Der zweite neue Sortimentbereich, der mit Sicherheit mehr Leute interessiert, auch von denen, die jetzt anwesend waren und von unseren Hörern nehme ich an. Und das ist sicherlich auch eine spannende Angelegenheit, weil, und das haben sie zwischendurch auch gesagt, auch wenn sie es natürlich ein bisschen übertrieben haben, die dann wahrscheinlich schon ziemlich gut produziert sind, wenn die das machen. Also es sah auch schon gut produziert aus und haben auch vieles richtig gemacht. So eine Einsteigerbox für Rollenspielneulinge und so, das war schon vernünftig, was sie da gezeigt haben. Zumindest für den ersten Versuch. Dann hat der Udo noch ein bisschen erzählt, worauf Asmodee sich jetzt in Zukunft noch ein bisschen mehr fokussieren will. Das fand ich auch ganz interessant, aber jetzt auch nicht sehr überraschend. Und zwar möchte Asmodee noch mehr in die Richtung Kinderspiele gehen, worum es dann auch relativ lange noch in der Präsentation oder in dem Pressevent ging. Und ich glaube, das überrascht jetzt auch niemanden besonders, dass Asmodee da mehr machen will. Naja, und bevor diese Kinderspiele dann eben auch noch von Robin vorgeführt wurden, gab es noch einen zweiten Interviewteil direkt hinterhergeschoben mit Michael Ratzinger, dem neuen Vertriebsleiter. Und Birte Hestermann, die auch per Videokonferenz zugeschaltet wurde, weil sie scheinbar an einer Grippe noch zu leiden hatte. Das ist die neue Head of Marketing und das ist auch eigentlich total spannend gewesen, weil die beide super neu im Unternehmen sind. Also Michael Ratzinger ist scheinbar irgendwie seit drei Monaten gerade dabei, also hat gerade wunderschön das Weihnachtsgeschäft mitgemacht. Und Birte Hestermann tatsächlich erst seit dem 3. Januar wurde, glaube ich, erwähnt. Ist ja nicht Ratio der Mann, Michael Ratio. Glaube ich. Dann kann ich meine Schrift vielleicht nicht mehr so gut lesen. Das kann total sein, das tut mir dann leid. Genau, fand ich auch interessant. Das sind diese Probleme, wenn man das nicht irgendwie digital festhält, sondern handschriftlich. Ich bin überlegen, wann habe ich das letzte Mal handschriftlich irgendwas notiert? Ewigkeiten her. Aber weißt du denn, wie er heißt? Siehst du, auch gar kein Notizwicht halt auch nicht. Also es tut mir sehr leid, wie auch immer dieser gute Mann heißt. Genau, weil es ist dann auch der Vertriebleiter der Neue. Das heißt, für Brettspielinteressierte auch jetzt nicht die interessanteste, schillerndste Person wahrscheinlich. Die eher ein bisschen im Hintergrund vieles Wichtige für Asmodee macht, genau. Was für uns, ich weiß nicht, ob es für uns so wichtig ist, aber vielleicht für einige von den Zuhörerinnen und Zuhörern. Asmodee möchte auch ein bisschen mehr bei den Kinderspielen machen und hat da so drei kleine Projekte angekündigt, würde ich sagen. Nämlich einmal My First Escape Game. Das soll ab fünf Jahre sein für zwei bis fünf Kinder, ja, wo die Kinder halt so ein bisschen ins Escape Game reingeführt werden und die Erwachsene dann auch so ein bisschen im Raum Dinge verstecken können und das so ein bisschen, weiß ich nicht, beaufsichtigen können, könnte man sagen. Und es wird eine Escape Box mit, einmal mit dem Thema Piraten und einmal mit dem Thema Dinos geben. Die sind dann für Kinder ab sieben gedacht, das auch wieder für zwei bis fünf Personen. Und fand ich auch sehr spannend, mein erstes Rollenspiel, wo dann halt Kinder so, ich glaube auch vier unterschiedliche Kinder in diesem Rollenspiel übernehmen können, die auf einem Sommercamp sind. Und in der Nähe des Sommercamps ist dann eine Geistervilla, die es dann zu erkunden gilt. Und das ist keine Kampagne, sondern so ein, wie nennt man das denn, eine Mission? Szenario, ein einzelnes, wie sich steht. Genau, also ich fand vor allem bei den Escape-Spielen, das haben wir gerade kurz noch mal angerissen vorher, sehr interessant, dass da wirklich Sachen im Raum versteckt werden sollen. Also so einzelne Karten oder Gegenstände. Da haben wir uns schon gerade gefragt, kann man das nicht auch für richtige, also für normale Nicht-Kinder-Escape-Room-Spiele machen? Das wäre total interessant, wenn einer so der Spielmeister ist, in Anführungszeichen, der dann noch Sachen im Raum versteckt und die Rätsel noch so ein bisschen vielleicht mit seinem eigenen Charakter ausfüllt, je nachdem, wie man das versteckt und wo. Das ist eigentlich keine schlechte Idee. Ja, das ist das erste Mal, dass ich mir wünsche, dass aus einem Kinderspiel quasi die Erwachsenen-Version auch gemacht wird. Ja, das wirklich klingt gut. Ja, ich glaube, da war auch die Resonanz im Chat relativ positiv. Genau, zum Rollenspiel konnte ich ja nicht so viel sagen, weil ich auch mit Rollenspielen nicht so viel am Hut habe. Was war da euer erster Eindruck von diesem, mein erstes Rollenspiel? Du, also so wahnsinnig viel hat man ja gar nicht davon gesehen, aber ich fand es einfach toll, dass sie sich dem annehmen und einfach so Kindern schon so einen Weg bereiten in dieses Hobby einfach. Ja, denke ich auch. Ist auch einfach eine gute, ist auch eine logische Idee. Wenn man eh schon in Rollenspiele und solche Sachen einsteigt, dann kann man das auch direkt auf noch eine Zielgruppe mehr erweitern. Gute Entscheidung wahrscheinlich. Kinder möglichst früh an den Spieltisch oder an spielähnliche Dinge heranführen, ist immer gut. Ihr wisst beide, wie schwer das ist, wenn man damit nicht früh genug angefangen hat, diese Leute noch zu überzeugen, an den Tisch zu kommen. Ja. Du hast die Schmerzen in meiner Stimme gehört. Gut, aber dann ging es weiter wieder mit Puzzles, ne? Bei Asmodee. Genau, Puzzlespiele, Bezelspiele, Solospiele. Genau, und das Erste, was sie gezeigt haben, da dachte ich echt, oh je, diese Smart-Ex. Oh Gott, was war das denn? Das ist dieses typische Kindergeschenk, was jeder irgendwann in seinem Kinderzimmer rumfliegen hatte und Jahre später in irgendwelchen Grabbelkisten wiederfindet. So sah das für mich aus, wie so Spielzeuge, die jeder mal hatte irgendwie. Ja, also das muss ich so vorstellen, das ist Smart-Ex, so ein Puzzle in so einer Ei-Form oder in so einer Kugelform und da muss man dann so einen Stab reinstecken und durch so ein Labyrinth durchführen. Dafür muss man das drehen oder irgendwie verhaken oder solche Sachen in der Richtung. Und ja, das hat man dann halt einmal gemacht und dann liegt es halt rum oder man verschenkt es irgendwie, hoffentlich, wenn es irgendjemand haben will. Ja, nee, also das fand ich jetzt ein bisschen unglücklich. Ich meine, es wird wahrscheinlich eine Zielgruppe dafür geben, die es kauft, sonst würden sie es nicht machen. Also, ich kann mir auch vorstellen, dass das so ein typischer Mitnehmenartikel ist. Weißt du, nochmal für die Autofahrtenbeschäftigungsmaßnahme, hinten das Kind ruhig stellen, dass dann nochmal zwei Stunden damit Spaß hat und das dann auch egal ist, ob das da irgendwie dieser Stab verloren geht oder nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein wahnsinnig hochpreisiger Artikel wird. Das sah halt aus wirklich wie so ein, naja, also wirklich ein günstiger Plastikartikel und scheinbar gibt es da verschiedene Schwierigkeitsgrade, hatte er erwähnt. Und ja, also wer auf so knifflige Spiele steht, die so ein bisschen Taktilität fordern, wo man sich so durchwurschteln muss, dem macht das vielleicht Spaß. Aber ich glaube nicht, dass das Ding in zehn Jahren noch auf dem Markt ist. Das war aber auch sowas, nee, es gab es beim letzten Asmodepress-Event auch, da gab es so, das würde ich sagen, war so ein bisschen auf dem Fitchel-Spinner-Trend aufgehalten. Das hieß, ich weiß nicht, Loop, irgendwas mit Loop. Und das war halt so ein Ding, wo dann so eine kleine Kugel drin war, die man auch immer so hin und her shaken musste. Und man musste dafür sorgen, dass das Ding nicht rausfällt und in so ein Loch reinhopsen. Ja, ich glaube, in die Richtung geht das, ne? So kurzweiliger Spaß, wenn man daran Spaß hat. Genau. Ja, weiter ging es mit dem Mondrian-Block. Ich glaube, so hieß das Ding. Das war im Grunde so eine, ja, weiß ich auch nicht, wie sollte man das benennen, so ein quadratisches Ding, auf dem man verschiedene Formen raufpuzzeln muss. Wenn ich das richtig verstanden habe. Verschiedene farbige Formen, gelb, rot, blau. Und es gab quasi Vorlagen, die dieses Muster vorgegeben haben. Und da muss man einfach das Rätsel lösen, diese Sachen da richtig raufzupuzzeln. Habe ich das soweit richtig verstanden? Ja, wenn ich das verstanden habe, musste da so, da hatte man immer eine Vorgabe, wo so zwei schwarze Blöcke hin mussten. Und dann hat man noch die anderen Farbigen dazugekriegt. Und dann musste man versuchen, die da noch irgendwie draufzukriegen und das Feld komplett auszufüllen. Oder die da nur irgendwie alle draufzukriegen oder so. Also auch so ein kleines Puzzle, eher was für zwischendurch. Aber wohl in dieser kleinen Kiste oder in diesem Block dann wohl auch wirklich ganz, ganz viele Rätsel. Irgendwie 88 Stück oder so. Ja, also wenn man Puzzle-Fan ist und da ein bisschen niedrigschwelligen Spaß haben will, könnte das vielleicht auch ganz gut sein. Ich glaube, da gibt es durchaus eine Zielgruppe für. Ich finde, das sieht ein bisschen aus wie so eine Plastik-Version von Tangram. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, wo man auch so bestimmte Sachen aneinander legen muss. Und irgendwie nur halt diesmal nicht in unterschiedlichen Formen. Naja, gut, schon. Aber es waren alles, glaube ich, nur Vierecke, ne? Ja. Ich glaube, die Kunst... Ich kann mich an diese Kinder, diese komischen Eimer für Kinder erinnern, wo man diese Formen so in bestimmte Formen Sachen reinstecken. Ich weiß nicht, haben die Namen. Also da hat mich das irgendwie so ein bisschen dran erinnert. Ja, ich glaube, damit ist das Segment Puzzle-Rätsel-Solo-Spiel auch schon wieder erstmal abgefrühstückt gewesen, oder? Danach kamen dann die Togo-Toys. Richtig, der nächste Interview... Togo-Label. Der nächste Interviewteil, in dem es genau darum ging, um Togo-Toys und das Gütesiegel für bedenkenloses Spielvergnügen. Genau. Also das wusste man auch schon vorher. Das war jetzt auch keine Neuigkeit, sag ich jetzt mal in dem Sinne. Sondern die wollen halt so eine Kooperation mit Togo machen. Also ich glaube, das ist so eine Marke von Super RTL, ne? Oder was das genau ist. Und mit denen machen die halt ein Label, das soll dann auf Spiele draufkommen, damit wir Eltern wissen, dass das unbedenkliche Spiele für sie sind, die sie einfach kaufen können. Und die auch total gut sind. Das ist als Verlag natürlich eine gute Message, ne? Also kauft unser Spiel, weil es gut ist. Ja, aber jedenfalls ist es ein unbedenkliches Spiel für Kinder, dass man weiß, da ist jetzt nicht irgendwas drin, was dann nicht geeignet ist oder so. Mit Sicherheit auch keine schlechte Idee, ob es nötig ist, sowas zu machen, weiß ich nicht. Und vor allen Dingen, woher die Eltern das wissen sollen, dass wenn da Togo draufsteht, also die das kennen, weiß ich nicht. Habe ich nicht ganz nachvollziehen können. Ich habe auch aus dem Togo-Deal eher, glaube ich, so ein bisschen rausgenommen, dass sie sich ein bisschen an der, weiß ich nicht, an der Expertise bezüglich Marketing orientieren wollen. Es gab dann ja so einen Werbespot, der, finde ich, so ein bisschen Anfang 2000er-Vibes hatte, wie man das halt von Super RTL zwischen den Kindersendungen her kannte. Ja, also ich finde solche Siegel gut, aber ich weiß nicht, ob man dafür nicht eher so unabhängige Gremien bräuchte. Also ich meine, das Bio-Siegel kriege ich ein Lebensmittel ja auch nicht von was eigen. Naja, das ist dann, je nach Discounter-Bio-Siegel, das kriegt man schon ganz einfach. Und ey, ich bleibe hier gerade dabei, umso mehr Kinder wir in den Spieletisch kriegen, die dann in zehn Jahren immer noch da sitzen, ey, können alle mitmachen. Vielleicht ist das jetzt auch so, der Asmodee-Nutri-Score. Genau. Na, ich glaube, es geht auch ganz stark einfach darum, die Reichweite zu vergrößern. Also wenn du halt einmal, auf einmal bei Togo, allein bei Sendungen oder eben auch die Franchise-Togo-Artikel eben hast, die Serien, die da laufen und das einfach mit einstreuen kannst, dann hast du natürlich einfach eine viel größere Reichweite und Wiedererkennungswert natürlich auch. Ja, voll. Ich glaube, wenn Brettspiele wie reguläre Spielwaren da präsentiert werden, dann tut das wahrscheinlich gut. Und wahrscheinlich ist dann irgendwie Zombie-Teens Evolution auch ein Produkt, was da vielleicht reinpasst. Genau. Ich glaube, es wurden schon ein paar Spieltitel genannt, aber ich muss zugeben, die sind mir irgendwie abhanden gekommen. Ich weiß auch nicht. Ja, bis auf das Zombie-Teens habe ich mir jetzt auch nichts im Gedächtnis geblieben. Gut. Nächster Abschnitt. Weiter ging's mit One More Time Games. Das nächste Interview. One More Time Games ist ein Verlag, der eigentlich wahrscheinlich nur bekannt ist bisher für das Spiel Rift Force, das letztes Jahr doch für einige Aufmerksamkeit gesorgt hat. Genau. Und die sind jetzt scheinbar auch im Vertrieb oder wie auch immer mit Asmodee verbandelt und haben ein bisschen über ihre Erfahrungen mit Rift Force gesprochen, haben darüber gesprochen, dass dazu eine Erweiterung kommen wird. Ein bisschen da eben über die Entwicklung, dass es natürlich schwierig ist, so eine Erweiterung gut zu balancen, dass das eben mit den alten Funktionen noch funktioniert und nicht zu kompletten Chaos führt. Und dann eben auch über ein neues Spiel, was bei denen im Verlag kommen wird. Und da könnt ihr mich sonst korrigieren, das ist doch das erste Spiel, von dem ich zumindest vorher nichts wusste. Und das Spiel heißt Underdogs, ist für ein bis acht Personen von Johannes Krenner und Markus Slavitschek. Ist von Jeff Harvey illustriert, wo die, glaube ich, gesagt hatten, dass er für, war es Disney? Oder zumindest für irgendwelche bekannten Cartoons oder Animationen, was auch illustriert hat, ne? Mhm, genau. Genau, da haben sie ja jetzt darüber erzählt, dass sie halt auch Computerspiel-Fans sind und dass sie diese Autobattler mögen, also wer es kennt. Also da hat man dann Kämpfe oder sowas in der Richtung, die laufen quasi automatisch ab. Man muss nur zwischendurch irgendwie mal was einsammeln oder die halt irgendwie managen. Also man muss nicht den Kampf selber durch irgendwelche Aktionen ausführen. Und das wollten die halt in ein Brettspiel oder ein Kartenspiel überführen und fanden das auch ziemlich gut, was dabei rausgekommen ist. Das ist großartig. Ich kann halt einfach nachmittags oder abends mein Spiel aufbauen. Das spielt sich von alleine und ich kann rausgehen und den Rasen mähen oder ähnliche Sachen machen. Und habe trotzdem das Gefühl, ich habe was Wertvolles gespielt. Nein, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie sie das umsetzen wollen. Genau, die haben ja gesagt, das hat toll funktioniert. Da bin ich auch mal gespannt drauf, also ob das funktioniert. Weil ich kann es mir jetzt in meinem Kopf auch noch nicht zurechtbiegen, wie das funktionieren soll. Aber es war schon so, der Tenor, dass es mehr Richtung Partyspiel geht, oder? Ja, und das sagt ja auch schon die Spielerzahl. Wenn man bis zu acht Leuten spielen kann, dann ist das wahrscheinlich auch eher was Kurzweiliges. Wobei, Spiele seit 45 bis 60 Minuten für ein paar Spiele vielleicht ein bisschen too much. Es soll zumindest, glaube ich, so eine humorvolle Note haben. Wenn man sich das Cover anguckt mit dem Zauberer, dessen Bart da lang weht und der, ja was ist das denn? Ist das ein Aquaman für Arme? Darauf muss ich das Cover erzählen, ne? Wir sehen auf jeden Fall einen, ich würde sagen, wohlgenähernden Mann oben ohne mit einem Dreizack in der Hand. Und ich würde sagen, er hat unten einen Fischkörper. Und dann sehen wir hier noch einen Alien und ein Bär-Fuchs-Wesen. Ja. Und eine Dame in der Mitte mit Cape, die so ein bisschen in Superhelden in Richtung geht. Genau. Sieht also auch eher nach kurzweiligem Spaß aus, nach niedrigschwelligem Spaß. Nichts furchtbar Komplexes für viele Spieler, aber die Spielzeit überrascht mich. Also 45 bis 60 Minuten. Das war jetzt nicht mein Eindruck von dem, was sie erzählt haben und auch wie das Spiel so aufgemacht ist. Ich hätte es mit einer halben Stunde gerechnet, vielleicht sogar 15 Minuten nur. Wir werden mehr wissen, wenn es erschienen ist. Achso, das haben wir auch bis jetzt noch gar nicht gesagt, wann irgendwas erscheinen soll, ne? Also Robin hatte ja auch nochmal gesagt, das ist aktuell alles immer ein bisschen, ne? Das kann sich alles noch verschieben. Aber laut der Datei, die wir bekommen haben, soll Underdogs noch im ersten Quartal erscheinen. Genau, das war eben der Abschnitt da mit One More Time Games und es ging Schlag auf Schlag weiter ins nächste Interview. Diesmal mit dem Lookout Verlag. Und da war Hanno Gürke zu Gast seines Zeichens Head of Studio Development. So, und da kommen doch jetzt die ersten Knaller-News. Haut raus. Die ersten hochinteressanten Informationen. Genau, also da hat der Hanno erzählt, dass es dieses Jahr eine Jubiläumsbox zu Agricola geben wird. Ich glaube 15 Jahre kann das sein. Ja, genau. Die wohl auch ziemlich umfangreich sein wird. Also wo dann auch möglicherweise mehr oder weniger alles drin sein soll. Und der Preis wurde dann auch spekuliert. Also Robin hat uns so scherzhalberweise mal 500 Euro in den Raum geworfen, was Hanno natürlich sofort gesagt hat. Nein, nein, nein. Aber er hat interessanterweise gesagt so, was hat er genau gesagt? Irgendwas mit Hälfte oder so hat er gesagt. So eine halbe Nummer kleine hat er, glaube ich, gesagt. Oh, da bin ich ein bisschen zusammengezuckt, muss ich ehrlich sagen. Genau, so viel weiß man dazu nicht. Er hat das Einzige, was er so richtig explizit gesagt hat, dass er eben das Wort Deluxe nicht in den Mund nehmen würde. Aber schon, ich glaube, der hatte schon Bock, das anzukündigen. Agricola, Jubiläumsbox, 15-jähriges Jubiläum, soll zu Essen da sein. Schauen wir mal. Ja, das hat er ja auch mehr so ein bisschen fast, also mit so einem inoffiziellen Touch fast gesagt. Also das hat man jetzt nicht so extrem geplant. Kam mir das nicht rüber, dass er das alles schon sagt. Aber das war auf jeden Fall immer die erste dicke Sache. Genau, wo auch noch vorher ein bisschen nämlich tatsächlich drüber geredet wurde, ein bisschen über die Kaverne-Erweiterung, die ja schon ein bisschen länger geplant war und eigentlich auch schon letztes Jahr mal rauskommen sollte zu Essen, wird dann im Laufe dieses Jahres was. Dann wurde gesagt, Kante Loop 2 ist jetzt ja gerade frisch erschienen. Der dritte Teil soll dann auch zur Spiel erscheinen, genau wie ein neues 18xx-Spiel, von dem ich ja überhaupt gar keinen Plan habe. Und dann natürlich für mich das Spannendste, dass auch ein neues Spiel von Uwe Rosenberg zu Spiel erscheinen soll. Das heißt, wir haben wieder ein Jahr, wo einige Spiele von Uwe Rosenberg erscheinen sollen, weil bei die Edition Spielwiese kommt Frameworks, bei Spielworks soll Oranienburger Kanal erscheinen und dann auch noch was bei Lookout. Johannes, schaffst du das denn alles dann? Du meinst, ob ich es schaffe, drei Spiele zu spielen? Drei Mal raus? Ja, aber die kommen ja alle wahrscheinlich in einem Monat raus. Nicht, dass du dann irgendwie so eine Überforderung kriegst in dem Monat. Womit fange ich an? Was spiele ich zuerst? Ich glaube, das schaffe ich. Vielleicht kriegen wir da einen Uwe Rosenberg-Postkast noch mal hin. Ja, ich glaube, das war es auch so zu Lookout, ne? Genau. Also zumindest was das spieltechnische angeht. Genau, dann hat er das, was er mehr oder weniger ganz am Ende dann noch gesagt hat. Glücklicherweise, weil bis dahin war da auch nicht viel drin. Und dann hat er am Ende dann noch mal so die richtigen Bomben aus dem Keller geholt. Genau, als nächstes können wir einmal über ein kleines Solo-Puzzle-Spiel sprechen, was, glaube ich, auch neu angekündigt worden ist. Also ich habe davon dann nichts gehört, nämlich Marie. Also nicht wie der Name Marie, sondern einfach M-A-R-I geschrieben. Das soll so ein kleines Solo-Puzzle-Schiebe-Programmier-Ding sein, würde ich sagen. Also man hat so kleine Plättchen, dann kann man halt einen, ich würde sagen, es sieht aus wie so ein Bot, bewegen, hat 40 Rätsel. Da wurde dann auch im Chat so ein bisschen überlegt, Solo-Puzzle und 40 Rätsel. Das ist irgendwie Usos. Also es kam letztes Jahr einmal dieses Plastik-Katan-Ding raus, was 40 Rätsel hatte. Und es gab auch dieses Plastik-Zug-um-Zug-Solo-Rätsel. Die hatten alle jeweils 40 Rätsel. Also scheinbar scheint das irgendwie so ein Ding bei den Solo-Puzzlen zu sein. Genau. Und dann gab es als zweites noch so ein, ich weiß nicht, ein Wort-Partyspiel-Puzzle für Neandertaler, wo dann so eine aufblasbare Keule dabei ist und man darf irgendwie nur Wörter mit einer Silbe sagen und da muss man dann Begriffe erklären. Das geht halt in eine Clan-Party-Richtung. Das ist eben von den Machern von Exploding Kittens. Stimmt. Und ähnlichen. Und darum muss natürlich auch so ein Gimmick wie so eine aufblasbare Keule dabei sein, mit dem man dann eben demjenigen, der was falsch sagt, einen über die Rübe ziehen kann. Ach, keine Ahnung. Es klang einfach wie ein Tabu eben mit einer Silbe, oder? Und dieser Keule dabei. Also ich glaube, es kann in den richtigen Gruppen sogar lustig sein, genauso wie die anderen Spiele von denen immer auch. Ja. Ja. Genau. Dann ging es weiter mit Plan B Games. Und da war dann die erste Vorstellung 5-2-1-1. Also ein Spiel, was man schon vorher kannte. Aber jetzt in so einer Special-Edition von Azul, 5-2-1-1, so ein kleines Kartenspiel. Ich kenne es jetzt nicht genau. Ich weiß nicht, ob einer von euch das kennt oder schon mal gespielt hat. Nee. Ich habe einmal diese Azul-Version, die war ja in der Box, die wir bekommen haben, von Asmodee drin. Wir haben es einmal gespielt, zu zweit. Und ja, es ist so ein Karten-Bluff-Spiel, würde ich so ein bisschen sagen. Ja. Genau. Also als Info dazu, wir haben für das Event vorher so eine Goodie-Box von Asmodee bekommen, wo das drin war, mit so einem kleinen Rätsel, was irgendwie so ein bisschen, ja, vielleicht Stimmung drauf machen sollte oder so. Jedenfalls ein relativ kleines Kartenspiel, jetzt mit Azul drüber gestülpt. Ja, merkwürde kann ich dazu nicht sagen. Genau, aber dazu hat eben Andrea Ahlers, die von Plan B da war, eben einfach nochmal erklärt, dass sie natürlich diese Optik von Azul oder von ihren Flagship-Spielen sozusagen einfach nehmen wollen, um das natürlich, also die Bekanntheit zu nutzen, um einfach andere Marken oder andere Spiele damit noch auszustatten. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich von der Idee ein großer Fan bin, muss ich ehrlich sagen. Musst du nicht sagen, die machen das trotzdem. Das glaube ich auch, aber wenn das jetzt ein Trend wird, dass man Spiele nimmt, die vielleicht nicht so toll sind oder nicht so bekannt und dann einfach so einen großen Namen drüber stülpt und da so einen bestimmten Look, weiß ich nicht, ob ich das gut finden soll. Na gut, aber eigentlich ist das doch nur eine neue Version von Lizenzauskopplung, oder? Also, was jetzt ja nicht extra erwähnt wurde, aber zum Beispiel von Love Letter kommt jetzt ja auch nochmal eine Star-Wars-Version raus, die heißt Jabba's Palace. Das ist ja nichts anderes, nur dass es halt dann irgendwie ein Film- oder Serien-Franchise ist und diesmal ist es dann halt ein Spiel-Franchise. Genau, genau, also da fürchte ich schlimme Dinge. Wobei ja hier ja gerade sogar nur die Grafik genommen wird, ne? Also bei so einem Love Letter-Ding, da wird ja tatsächlich ein neues Thema raufgemacht mit neuen Charakteren, was ja so thematisch ein bisschen passt. Und hier wird ja quasi der Ruhm von Asyl benutzt, um einfach andere Sachen damit zu tragen und zu fördern. Und das kann natürlich auch total nach hinten losgehen, ne? Das kann natürlich auch dazu führen, dass einfach diese Marke Asyl abgeschwächt wird, wenn man nur noch schlechte Titel damit versucht durchzuboxen. Das sei jetzt mal eben bei 52.11 oder 5.21.1, oder wie auch immer man das ausspricht, dahingestellt. Das habe ich noch nicht gespielt. Ich weiß nicht, wie gut oder schlecht das ist. Keine Ahnung. Genau, also ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, ob man da vielleicht einfach nur die eigene Marke ein bisschen zu sehr ausschlachtet, weiß ich auch nicht. Also es gibt ja schon eine Menge Asyl. Ob man dann das auf so ein kleines Kartenspiels mit Asyl vielleicht gar nichts zu tun hat, auch noch drüber pappen muss, weiß ich nicht. Du, es soll ja auch Leute geben, die sowas sammeln. So, ich habe auch gehört, es gibt mehrere Menschen, die zum Beispiel alle Versionen von Patchwork sich kaufen, einfach nur, weil es das gibt. Und so ähnlich wird es hier wahrscheinlich auch sein. Also schaden muss es ja gar nicht. Und man findet wahrscheinlich die Fanboys und Fangirls, die das dann einfach kaufen, weil sie Asyl lieben. Wahrscheinlich. Das Problem an Patchwork ist, es braucht jetzt auch gerade, es braucht jetzt mit dem ersten mehr Platz als einen Kallax, wie sagen wir, einen Kallax-Würfelplatz sozusagen. Die normale Messeinheit für Brettspiele, ja. Genau, genau. Ein Kallax nennen wir das jetzt einfach nur. Wie nennt man das denn? Eine Fach? Ja, Fach. Ja, natürlich. Ja, ein Kallax-Fach. Es ist spät. Ja, dann gab es auch noch eine Neuankündigung, zumindest für mich. Ich habe da davon auch noch nichts gehört, von Plan B-Games, nämlich das Spiel Jack. Kann einer von euch da noch was zu sagen? Ja, also Jack soll genau sehr viel Material und auch sehr, sehr interessantes Material oder zumindest optisch sehr interessantes Material soll ein Familienspiel sein. Und da geht es um diese Jacks, also diese Tiere, diese komischen, was sind das, Büffelartigen Tiere. Ich weiß nicht genau, was das für Tiere sind, damit kenne ich mich leider gar nicht aus. Und die ziehen solche Karren hinter sich her. Und man muss dann diese Karren wohl beladen mit unterschiedlichen Dingen wie, ich glaube, was war das, Nahrung, also Fleisch oder so und dann noch andere Waren. Und diese Karren fahren dann immer im Uhrzeigersinn oder in einer Richtung zwischen den Spielern hin und her. Und dann kann man diese Waren tauschen oder ausgeben. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, wie das funktionieren soll. Und bei bestimmten Stationen dürfen bestimmte Sachen nicht getauscht oder gehandelt werden. Und dann kann sich das auch zwischendurch mal umdrehen und dann sind die ganzen Pläne wieder futsch. So wie ich das verstanden habe. Genau, der besondere Mechanismus war eben, dass man diese Jacks halt belädt, aber die einem nicht selber gehören, sondern sie eben zum nächsten Spieler weiterfahren. Und damit muss man wahrscheinlich irgendwie planen und gucken, was man bekommen kann oder eben nicht und was man weitergibt. Was dazu noch ein bisschen gesagt worden ist, Plan B Games ist ja der Verlag und sie haben ja unterschiedliche Labels, wurde es, glaube ich, genannt. Und die Jack erscheint jetzt wie auch Camel Up, wo es jetzt ist bei Pretzel Games, die halt so ein bisschen in Richtung Familienspiele gehen. Früher war es so ein bisschen Geschicklichkeitsspiele, jetzt sind es auch Familienspiele. Genau, sie haben die Marke quasi etwas geöffnet, haben sie ja erzählt. Genau. Dieses Jack sieht für mich auch so optisch und auch von der Zielgruppe ist, ist da war Camel Up wahrscheinlich schon ein ziemlich gutes Beispiel für. Also wenn diese Wagen gezogen mit so Waren drauf, also dieses Erbe ich jetzt an Camel Up schon ein bisschen. Genau, was dann auch noch gesagt worden ist, was bis jetzt, glaube ich, eher nur so im Raum stand, aber jetzt offiziell bestätigt ist, es kam ja jetzt eine neue Version zu Great Western Trails raus und die Rails to the North Erweiterung, die wird auch im Mitte des Jahres eine neue, also eine Version bekommen, die dann mit der neuen Version kompatibel ist. Genau, und was ja auch schon bestätigt worden ist, dass eine Argentinien-Version dieses Jahr und eine Neuseeland-Version nächstes Jahr rauskommen soll und da arbeiten die einfach dran. Es soll auch so ein bisschen mechanische Neuerungen geben, aber mehr Infos gibt es dazu noch nicht. Genau, das wusste man auch schon vorher, dass sie diese Trilogie daraus machen wollen, aus diesem Great Western Trail. Und dann halt, dass die Argentinien-Version halt auch irgendwie so themenspezifische Features, hat sie es genannt, haben soll. Also wohl keine neuen Mechaniken, weil sonst hätte sie das wahrscheinlich benannt. Aber irgendwas wird das dann mit Argentinien zu tun haben, ob die Karte irgendwie angepasst sind oder die Felder thematisch irgendwie so ein bisschen passen. Jedenfalls hat sie gesagt, dass das nicht einfach nur so quasi so ein, so nochmal Great Western Trail nur im neuen Deckmantel oder nur in so einem neuen Gewand irgendwie sein soll. Dann haben sie noch gesagt, ich glaube, ich weiß nicht, ob das bei einer von den Sachen, ich weiß nicht mehr bei welcher, ich glaube, das war bei der Erweiterung, haben sie gesagt, das sollte eigentlich zur GenCon dieses Jahr, sollte das was werden. Haben dann aber gesagt, dass das wahrscheinlich nicht klappen wird oder dass es unwahrscheinlich ist, dass da der Zeitplan so ein bisschen, dass da ein bisschen hinterher sind, aber sie arbeiten dran. Nach diesem Interview ging es direkt auch weiter mit dem nächsten Interview, richtig? Da hatten sie nämlich, das war, glaube ich, so ein bisschen ein Überraschungsgast auch für das Event. Uli Blennemann von Spielworks war da und vorher hat Robin das so ein bisschen angeteasert, worum es geht, nämlich um Oath, beziehungsweise die deutsche Version von Oath. Da war ja schon bekannt, dass Spielworks die deutsche Version macht und was jetzt sozusagen die neuen News ist, dass der Vertrieb für die deutschen Spiele von Leder Games, die ja sozusagen, also Uli macht Oath auf Deutsch, nimmt jetzt auch Root zu sich rüber und der Vertrieb läuft dann über Asmodee. Das ist, glaube ich, für viele ganz gut, weil Spielworks macht ja häufig immer so niedrigere, wie sagen wir, Margen, wo dann irgendwie nur 500 oder 1000 Exemplare von einem Spiel gedruckt werden. Das war ja bei einigen älteren Spielen, die schon rausgekommen ist so. Das heißt, wir können wahrscheinlich davon ausgehen, dass das bei Root und Oath nicht der Fall sein wird. Ja, das war auch, glaube ich, so für mich so ein bisschen das Highlight von allem, weil ich habe die Sache mit Root am Anfang mitgemacht und das hat lange gedauert, bis ich das dann hatte und da hat man auch nie irgendwas gehört. Das habe ich hier bei meinem lokalen Spielehändler habe ich das bestellt. Er hat nie irgendwas gehört von Quality Beasts, wann das, glaube ich, der gemacht hat. Und das war schon eine Odyssee, bis man da dann angekommen war beim fertigen Spiel, das dann auch in der Hand hatte. Und ich denke, das wird sich dann jetzt mit dieser Kooperation verändern. Und dass man gleich dann Root auch holt, ist wahrscheinlich für Asmodee eine gute Sache. Und ich glaube, bei Oath kann man sich dann auch ziemlich sicher sein, dass man das dann relativ zügig auch in vernünftiger Stückzahl kriegen können wird. Wie ging es denn nach dem Interview mit Uli von Spielworks weiter? Das kann ich dir wiederum ganz genau sagen. Da hat der gute Robin mal wieder ein paar Spiele vorgestellt, beziehungsweise auch da, also genau darüber gesprochen. Nee, die wurden eigentlich auch alle vorgestellt. Er hat einmal, das war für mich auch neu, dass das jetzt auf Deutsch kommt wird, Domination vorgestellt. Das ist kein neues Spiel. Was hatten wir vorhin gedacht? 2019 wahrscheinlich erschienen im Original. Das wird jetzt auf jeden Fall auch von Asmodee auf Deutsch kommen. Da freue ich mich tatsächlich sehr drüber. Dann hat er noch einmal groß Sword & Sorcery rausgeholt und dazu nochmal was gezeigt, was da neu kommen wird. Und noch als nächste Ankündigung eben Golem, was ja auch eine Messe Neuheit von Cranio Creations war. Das wird auch nochmal auf Deutsch von Asmodee veröffentlicht. Genau, die Sword & Sorcery-Sachen sollen im zweiten Quartal erscheinen. Da müsste ich mich jetzt hier einmal durchscrollen. Golem soll noch im ersten Quartal erscheinen. Und Domination auch im zweiten Quartal. Ja, und dann kam wieder ein Interview schon, ne? Da muss ich sagen, da bin ich dann ehrlich gesagt inhaltlich so ein bisschen, habe ich da abgeschaltet. Also was wir ja schon erwähnt haben, die Uhrzeit war ja auch wirklich Arbeitszeit. Also ich habe nebenbei versucht, noch ein bisschen zu arbeiten. Ich bin ja, also ich habe ein bisschen das Glück, als Selbstständiger das so ein bisschen einteilen zu können. Da ging es dann allerdings um die Flagship-Stores und eben die Einbindung da, was Asmodee da eigentlich macht. Da könnt ihr vielleicht mehr zu sagen als ich dann. Genau, also wie ich das verstanden habe, mit diesen Flagship-Stores soll das so funktionieren, dass bestimmte Händler, also wirklich richtige Läden, also keine Online-Händler oder so, sondern Geschäfte, mit Asmodee in eine Kooperation eingehen und die dann von denen so, dass die sich dann so ein bisschen um Fachberatung kümmern, also dass die Händler geschult sind, deren Sachen auch wirklich vorstellen zu können. Da wurde im Interview nochmal gesagt, dass es für Asmodee, dass sie halt erkannt haben, dass viele Leute sich immer noch in so Spiegelgeschäften dann auch beraten lassen und da ihre Entscheidungen treffen. Und dass sie dann natürlich auch ein bisschen am Hebel ansetzen wollen, dass das besser klappt. Und so wie ich das verstanden habe, ist dann die Auswahl des Sortiments für die so ein bisschen vorgegeben, glaube ich. Also dass die dann halt bestimmt, dass das Sortiment von Asmodee anbieten sollen und dass das alles irgendwie für die auch schnell bekommend sein soll. Also wenn Leute was von Asmodee dann bei denen haben wollen, dann sollen die das auch möglichst schnell liefern können. Und die wollen halt dann in der Beratung unterstützen. Ich nehme mal an, das heißt dann so Promotion-Material liefern die für die Händler und greifen denen so ein bisschen unter die Arme, dass die da vor allem die Asmodee-Sachen ganz toll bewerben können. Das geht ja, glaube ich, auch so ein bisschen in die Richtung, was wir mehrere Verlage in den letzten zwei Jahren gemacht haben. Also jetzt nur jetzt sozusagen noch ein bisschen professionalisierter den Einzelhandel zu unterstützen. Also ich glaube, in den letzten Jahren haben, also Asmodee hat Aktionen gemacht, Pegasus hat da auch irgendwie diverse Aktionen gemacht, um die Leute halt auch, ich sag mal, im positiven Sinne in den Einzelhandel zu treiben. Genau, das letzte Interview, beziehungsweise es war kein richtiges Interview, würde ich sagen, sondern Robin hatte am Ende noch einen Gast von Gamejanic. Das sind ja so eine, ja was ist das, eine eigene Marke von Asmodee, die halt so Zubehör, so ein bisschen, ich glaube, sie promoten das so ein bisschen hochwertigeres Zubehör für ihre Spiele machen, sei es irgendwie Sleeves oder die haben ganz viele so Cardboxen und sowas und die bieten jetzt halt auch für den Einzelhandel so besondere Aufständer an, Aufsteller an. Ich glaube, da müssen wir jetzt nicht sonderlich drauf eingehen, weil wahrscheinlich die Einzelhandel-Lehen, die das interessiert, die werden wahrscheinlich sowohl Materialinformationen dazu zugeschickt bekommen oder werden sich darüber informieren können. Genau, das war fast wie so ein Verkaufsgespräch für Spielehändler. Ja. Also, das ist eine Information, mit der wir nicht viel anfangen können, aber halt so nochmal so ein bisschen betont, dass man da bestimmte Ausrüstung halt für die Spieleläden zur Verfügung stellen will. Also, ich weiß nicht, vielleicht möchte Asmodee einfach die Spiele komplett übernehmen oder so, da steht überall Asmodee drauf. Das ist eigentlich so die Idee. Genau. Anschließend hat Robin noch ein paar Spiele vorgestellt, wo ich, glaube ich, der Meinung war, da war zumindest, also, die Spiele waren alle schon bekannt und bei einigen war auch, glaube ich, schon klar, dass die auf Deutsch kommen. Also, einmal hier Siege of Runedar, was dann im Deutschen Die Schlacht von Runedar heißt. Das ist ja ein neues Spiel von Rainer Knizia, so ein bisschen Deckbau, aber man hat in der Spiele-Schachtel so eine Burg voller Zwerge, wo man irgendwie das Gold ein bisschen verteidigen muss. Dann ist er eingegangen auf Pre-Histories, was irgendwie so ein Familien-Puzzle-Ding ist, halt im, ja, prähistorischen Zeiten. Und da bin ich sehr gespannt, weil da habe ich gerade über den Release-Zeitraum geguckt. The Great Wall, das ist ja ein Spiel von Awaken Realms, wo es so ein, ja, unglaublich großer Spielplan, wo man halt die, die große Mauer verteidigt. Und es gab so einen Kickstarter mit Minis und Meeplen. Im Chat haben die gesagt, dass erst mal nur die Meepl-Version von Asmodee angeboten wird. Und es werden auch mehrere Erweiterungen dazu erhältlich sein. Und tatsächlich steht hier erstes Quartal 2022. Das finde ich sehr spannend. Also ich habe bei der Kickstarter-Kampagne mitgemacht. Und bei Awaken Realms ist man ja, gerade wenn man die deutsche Version unterstützt, gewöhnt, dass das gefühlt, also das dauert nicht ein halbes Jahr, das dauert meistens viel, viel länger. Und ich habe nicht damit gerechnet, in den nächsten sechs Monaten irgendwas von Great Wall zu sehen. Obwohl ich das glaube ich, wann war die Kampagne? 2019, 2020? Ich glaube 20. Aber auch da wieder Corona-Zeitrechnung. Genau. Aber was auch ganz spannend dabei noch ist, und was auch leider unbeantwortet blieb, diese Frage tauchte dann nämlich auch im Chat auf, wenn Asmodee jetzt Awaken Realms-Titel in Form von The Great Wall vertreibt, kommt da dann noch mehr? Also, ne? Werden sie jetzt irgendwie Vertriebspartner eben auch für Awaken Realms oder eben nur für The Great Wall? Ja, es ist so ein bisschen unklar, ne? Ich weiß gar nicht, Nemesis war doch auch über Asmodee, richtig? Die deutsche Version zuletzt, weil Tainted Grey war ja von Pegasus. Genau. Adderfields ist noch nicht bekannt, glaube ich, ob das wer macht, ne? Also Adderfields kam auf Deutsch von Awaken Realms selber, von daher ... Genau, ja. Ach genau, und es wurde noch über einen weiteren Kickstarter kurz geredet, Keystone ... Keystone North America, was so ein schönes Naturspiel ist. Genau, da hab ich jetzt im Late Pledge da auch noch mitgemacht, bei der Kickstarter-Kampagne, aber jetzt kommt's auch noch auf Deutsch. Ja, sieht einfach wieder ein sehr schönes Spiel mit Naturthema, weil Naturthema, glaube ich, aktuell sind. Wollte ich gerade sagen, das ist ja im Moment so das, oder eins von den Hype-Themen, dieses Natur, Tiere in der Wildbahn und Landschaften und sowas, das ist ja im Moment das große Ding. Ja. Und damit haben wir jetzt auch vier Stunden fast abgefrühstückt. Jetzt haben wir nur noch den Werbeblock, über den wir nochmal sprechen könnten. Den mir jetzt sehr gut gefallen hat, Peter. Mir hat der Werbeblock sehr, sehr gut gefallen. Und man muss natürlich auch sagen, natürlich wurden diese vier Stunden nicht am Stück abgerissen. Es gab immer wieder zwei Minuten Pause, fünf Minuten Pause dazwischen. Und es gab auch eine große Pause sozusagen, und zwar eine 15-minütige Pause, in der einfach in ... Ja, diverse Werbespots in diesem Livestream liefen. Und da waren eben auch noch ein paar Spiele dabei, die sonst gar nicht mehr Erwähnung gefunden haben. Unter anderem eben ein Trailer von The Thing, dann dieses Zug um Zug, das Rangierspiel. Ich habe keine Ahnung, wie das im Original hieß. Stage of Rune da, was auch schon erwähnt wurde. Also es wurden einfach ganz viele Neuheiten nochmal gezeigt. Und teilweise fand ich es ein bisschen schade, weil sie mir da einfach oft mehr Informationen vermittelt haben, als sonst in diesen vier Stunden rüberkam. Ja, das war auch eine Sache, über die wir auch schon mal gesprochen haben, die ich jetzt auch an dieser Stelle erwähnen müsste, dass ich mir nicht ganz sicher bin, warum es diese Pressekonferenzen in diesem Format eigentlich gibt. Und man da nicht einfach ein Video draus macht und da die Informationen ein bisschen mehr drin bündelt. Das wird uns wahrscheinlich allen besser gefallen. Das wäre auch informativer. Total richtig. Und vor allem der Zweck des Livestreams erschließt sich mir überhaupt nicht. Wir haben zwar einen Chat dabei, in dem dann teilweise Fragen gestellt wurden, aber seien wir mal ehrlich, waren das vielleicht fünf Fragen, auf die es eine Antwort gab in dem Moment, oder? Ja, und auch meistens keine Fragen, die irgendwie von besonderem Interesse waren. Genau, richtig. Was der Moderator aus dem Augenwinkel gesehen hat und mal eben beantworten konnte. Und dann, ich weiß nicht, ich kann mich noch erinnern, ganz am Anfang bei Udo Fischer, also bei dem neuen CEO, wurde dann auch eine Frage gestellt, wo er gar nichts von wusste. Und das war ja dann auch alles völlig deplatziert und eigentlich Zeitverschwendung dann. Also genau, das ist genau der Mehrwert der Livestream erschließt sich mir nicht, außer dass es natürlich schön ist, so ein großes Event zu haben, weil das für alle Beteiligten wahrscheinlich einfach ein schönes Erlebnis ist. Aber der Informationsgehalt hätte man wahrscheinlich besser machen können, indem man einfach eine produzierte Videoaufzeichnung gemacht hätte, die man rausschickt und sagt, hier, guckt euch das an. Einen Informationsgehalt habe ich noch bedümmen, was im Livestream nicht erwähnt wurde, aber was dann in den Dokumenten, die wir online zur Verfügung gestellt bekommen haben, drin stand, was ich sehr spannend fand. Es gibt ja die Tiny Epic Reihe, das sind ja so alles so kleine, aber doch etwas komplexere Spiele von Scott Ames. Und da gibt es ja inzwischen, keine Ahnung, gefühlt gibt es schon 20 unterschiedliche Spiele. Und einige davon sind ja auf Deutsch beim Schwerkraft Verlag rausgeschieden. Also es gibt ja einmal hier winziges Weltall oder winzige wandelnde Leichen. Winziges Verlies gehört da ja nicht zu. Das ist eigentlich im Original eine andere Reihe, aber wird ähnlich vermarktet von Schwerkraft. Aber dann sind in letzter Zeit, in den letzten Jahren sind die nicht mehr, also es sind keine neuen beim Schwerkraft Verlag erschienen. Und was jetzt scheinbar im dritten Quartal bei Asmodee auf Deutsch kommt, ist einmal Tiny Epic Dungeons und Tiny Epic Pirates. So wie von Tiny Epic Galaxy so eine Blast-Off-Version, was nochmal so eine, weiß nicht, kleine gestreamlinete Version davon sein soll. Und das ist schon ganz spannend, weil ich mich bei einigen auch in letzter Zeit gefragt hatte oder auch in den letzten Jahren, die sahen irgendwie spannend aus, aber warum kommen die nicht auf Deutsch? Und scheinbar, ich weiß nicht, ob das dann jetzt für weitere Tiny Epic Spiele auch gilt, hat Asmodee sich das jetzt geschnappt. Und umso interessanter, warum sie das nicht im Livestream gezeigt haben. Also war auf jeden Fall eine größere Neuigkeit und auch was, also vor allem für Leute wie uns und wahrscheinlich auch viele von unseren Zuhörern, interessantere Nachrichten als vielleicht 75 Prozent von dem anderen, was gezeigt wurde. Ja, habe ich auch nicht ganz verstanden, dass das dann da nicht drin vorkam. Ja, oder eben The Thing oder Zug um Zug, das Rangierspiel, wurde ja auch nicht mehr erwähnt, sondern auch nur in diesem Werbeblock eingeschoben. Genau, aber gerade bei The Thing, das war ja wirklich so ein richtig, so ein richtig gut gemachter, produzierter Trailer, der einfach das Spiel auch viel besser rübergebracht hat, als dass da der Robin auf seinem Tisch mal eben in zehn Minuten machen kann oder in fünf Minuten. Und nichts dagegen, also das, was er da gemacht hat, hat er super gemacht, aber das ist natürlich in diesen Möglichkeiten auch schwierig. Du hast da eine Top-Down-Kamera, vielleicht noch eine, die in Detail zeigt, aber ein total gescriptetes, gerendertes Video hat natürlich ganz andere Möglichkeiten, einfach eine Spielmechanik und ein Spielgefühl zu vermitteln. Und auch das Flair vom Spiel, auch die thematischen Bezug ganz anders aufzuzeigen, also da würde ich mir wirklich wünschen, gerade von so einem Unternehmen wie Asmodee, was ja nun wirklich auch die Ressourcen dafür hat, das dann vielleicht ein bisschen in kompakterer Version ein bisschen spannender auch zu machen, weil das stellt deren Spiele auch viel besser dar, als auf so einem kleinen Tisch irgendwie so per Hand mal eben hingelegt und auf so Brettern da hingetragen. Wo ich diese Technik super toll fand. Und sie hatten quasi so große Platten, auf denen sie die Spiele aufgebaut hatten. Und diese Platten hatten einfach oben links und rechts zwei Griffe montiert, an denen man wie so ein falsch rummes Tablett einfach, wo man das dann einfach perfekt hinstellen konnte. Super. Das ist eigentlich sowas, was man sich für einen Spieleabend wünscht, damit man vorher direkt fünf unterschiedliche Spiele aufbauen kann. Und dann sind alle am Tisch und dann bringst du es so mit dem Tablett hin. So, pass auf. Und jetzt spielen wir das. Und ich entwickle das direkt weiter. Man hat dann wie in so einem Fastfood oder so Bäckereien, so Tabletttrays, wo man diese Tabletten reinschiebt, wenn man fertig ist. So ein Wagen. So ein Wagen. Genau. So ein Tablettwagen. Genau. Da kannst du das ganze Tablett mit dem aufgebauten Spiel so Gloomhaven oder so einfach reinziehen. Und dann, wenn du zwei Wochen später weiterspielen willst, musst du es einfach nur aus dem Wagen rausziehen. Liebe Brettspiel-Tischhersteller und Regalbauer, hört uns zu. Vielleicht sollten wir direkt Copyright anmelden dafür und direkt irgendwie so ein Startup gründen daraus, aus der Idee. Alles klar. Das muss ja raus. Das fand ich auf jeden Fall ganz schön. Und nochmal zurück zu diesen Werbevideos. Ich erwähne es jetzt das dritte Mal, aber vorher hat mich das Ding einfach gar nicht wirklich interessiert und durch dieses Werbevideo habe ich auf einmal Bock da drauf, weil ich finde, dass diese Atmosphäre und das, was das Spiel machte, einfach so gut kurz angezeigt wurde und ich einfach, ich mag so Verräterspiele, die so einen Hidden Verräter haben oder ich mag sie teilweise, sagen wir es mal so, und das war aber wieder ein Spiel, bei dem ich denke, geil, das würde ich mir gerne angucken. Genau, apropos, wie du schon erwähnst, abgrundtief haben sie, glaube ich, zwischendurch auch in der Form nochmal gezeigt, auch in so einem Werbetrailer, was auch wunderbar funktioniert hat, was auch ein Spiel ist, was man auch, glaube ich, auf so einem Tisch gar nicht mal eben präsentieren kann. Wahrscheinlich haben sie es deswegen auch gemacht, weil sie dachten, oh Gott, wie sollen wir das denn auf so einem Tablett da reintragen? Warum nicht einfach das für alle von den Neuankündigungen, von den großen Spielen machen und dann nicht so komische, halb aufgebaute Spiele auf so einem kleinen Tisch irgendwie von so einer Kamera abfilmen lassen. Das wäre schon was anderes, weil man einfach das Gefühl von dem Spiel und das Setting vor allem viel besser erleben kann in so einem vorproduzierten Trailer, was ja auch viele Kickstarters und so jetzt immer weiter machen, wenn ich an so Mythic Games wie dieses Rainbow Six oder so denke, die ja so einen Live-Action-Trailer für machen, was kann man ja machen mittlerweile, ne, also das wäre vielleicht was. Vielleicht hätte ich mir das in den Chat schreiben sollen, das nächste Mal so machen. Es wird ja noch eine Feedback-Umfrage geben, war zumindest angekündigt von Asmodee. Ansonsten kann man tatsächlich als Fazit, wenn wir jetzt mal den Blog gehen und dieses Event abschließen, sagen, dass wir, glaube ich, alle mit mehr Neuheiten gerechnet hätten, oder? Mit mehr Ankündigungen von neuen Spielen. Weil wir können jetzt ja nochmal zählen, was hatten wir jetzt? Mari hat keiner von uns vorher gehört, Poesie oder wie auch immer dieses Spiel mit der, mit dieser Keule hieß, dann ein angeteaserter neuer Rosenberg, Jack, ja, jetzt müssen wir schon helfen. Underdogs, richtig? Und dann wird es auch schon Dominations auf Deutsch, genau, und ja. Dann wird es schon langsam eng mit den Neuankündigungen, ne. Ja, aber ich muss ganz, muss auch gut stehen, dass ich da ein bisschen mit gerechnet hatte, mit sowas, äh, weil jetzt bei Asmodee sich auch zuletzt sehr viel getan hat, ne, auch im Management und in der, im ganzen Unternehmen, da, und dann haben sie auch diese neuen Sortimentbereiche, also ich denke schon, dass es, dass es halt hauptsächlich auch darum ging, anstatt um da ganz viele neue Spielevorstellungen zu machen. Ja, aber ich, ich kann mich da eurer Kritik auch anschließen, also dafür, dass das Ding so lange gedauert hat, war, finde ich die Informationsdichte nicht genug und vor allem, ich glaube, für die Zielgruppe, die wir hier jetzt sind und auch die anderen Kolleginnen und Kollegen von Blogs, Podcasts, YouTube etc., die sich ja sehr intensiv mit dem Hobby auseinandersetzen, die werden wissen, was Golem ist oder was The Great Wall ist, da ist die Frage, ob man das da nochmal so ausführlich besprechen muss. Aber ich, also ich glaube, das wäre für ein anderes Publikum, kann das glaube ich super spannend sein, ist halt die Frage, ob das für uns das ist. Ja, ich glaube, sogar für ein anderes Publikum wäre es dann teilweise aber zu wenig gewesen. Ja, es wirkte so ein bisschen, wir haben hier von allem was und wir stecken das alles mal in so eine Pressekonferenz rein und versuchen das irgendwie mit möglichst viel Gesprächen aufzuladen, weil es waren ja schon wirklich sehr viele Interviews und Gäste, die man vielleicht auch nicht unbedingt alle gebräucht hätte, wenn ich mir angucke, was die dann im Endeffekt gesagt haben. Deswegen, also so ein bisschen komprimieren wird, wird diesem Event vielleicht nicht schaden. also vor allem hat auch diese Erwartung, die ganz am Anfang geweckt wurde, also er hat ja wirklich die Leute begrüßt, auch das können wir auch nochmal erwähnen, es waren, es gab laut Asma der 130 Anmeldungen für dieses Event, aber ich glaube, als der Stream losging, waren es so um die 95 live dabei, später waren es auch über 100, die da mit live geguckt haben und Robin hat aber irgendwann am Anfang, ziemlich am Anfang gesagt, es ist 115 neue Produkte gibt und da bist du doch natürlich erstmal in der Erwartungshaltung und von mir aus hätten sie die gar nicht erklären müssen, es hätte mir auch gereicht, wenn er 50 Spiele einfach vorliest und sich da hinsetzt und sagt so, das kommt noch, das kommt noch, das kommt noch, das ist vielleicht von dem Verlag, von dem Autoren und einfach nur ein Thema und das da runterrattert. So, weißt du, das kann er auch in 10 Minuten machen, das hätte ich total spannend gefunden, weil dann wäre ich auch neugierig, vielleicht hätte einfach selber nochmal nachgeforscht, ja eh die ganze Zeit machen. Eben, genau, also ich denke mir auch, da so ein Spiel auszubreiten auf dem Tisch und das dann ganz aufwendig zu erklären, das ist dann auch, vor allem bei einem Spiel, was jetzt vielleicht sogar schon vor einem halben Jahr präsentiert wurde auf der Spielemesse in Essen oder so, ist das auch nicht nötig, ne, also wenn das jetzt irgendwas ganz Neues ist, ganz neues Konzept, dann kann man das vielleicht mal ein bisschen ausführlicher machen, zum Beispiel hätte ich mir zu diesem Underdogs dann doch schon noch ein bisschen mehr gewünscht tatsächlich, auch einfach zu sehen, weil ich immer noch nicht wirklich eine Idee habe, was das eigentlich für ein Spiel ist und wie das funktionieren soll und dann bei so anderen kleinen Spielen, die man oder Spielen, die man schon kennt, wurde dann da wirklich das nochmal aufgebaut, gezeigt und nochmal so ein bisschen durchgeführt durch den Spielablauf, was dann bei so einem Spiel, was man schon kennt, wie hier das mit dem Rune da oder so, dann auch nicht so interessant ist und auch wahrscheinlich finde ich für niemanden dann wirklich großartig interessant ist. Damit wir hier jetzt nicht ganz negativ enden, was war denn euer Highlight des Presse-Events? Also mein Highlight war auf jeden Fall Spielworks und Oath und Root, dass das alles umzieht in Asmodee-Vertrieb oder in diesen Ablauf bei denen und dass die das so ein bisschen für die übernehmen, weil ich dann weiß, dass man das kriegen kann und dass das nicht wieder so eine anstrengende Odyssee wird für viele, an dieses Spiel dranzukommen und dass man dann auch damit wahrscheinlich rechnen kann, dass die zukünftigen Leder-Games-Spiele auch über den Weg kommen. Das war für mich so das Wichtigste. Ja, und ich glaube, bei mir war es tatsächlich die Ankündigung, dass Domination auf Deutsch kommt, weil das so ein Titel ist, den ich auch schon öfter in der Hand hatte und den irgendwie immer noch nicht gekauft habe und jetzt finde ich, ja, super, alles richtig gemacht, jetzt kommt's, ja. Und wie ist es bei dir, Johannes? Ja, ich freue mich auf einen neuen Rosenberg. Zuweise dann ja dieses Jahr auf insgesamt drei neue Rosenbergs. Die sind mir hoffentlich gut gefallen, besser als die, die letztes Jahr erschienen sind. Vielleicht gucke ich mir dann, also je nach Preis, diese Jubiläumsbox für Agricola mal an. Aber wenn das so eine riesige Monsterkiste ist, dann bin ich raus. Aber wenn das einfach so eine schöne Sammlung ist für einen Preis, bei dem mein Portemonnaie nicht erzittert, dann gucke ich mir das vielleicht auch mal an. Wunderbar, das waren auch sehr schöne Abschlussworte, würde ich sagen. Wir hoffen, dass unsere Portemonnaies nicht erzittern. Das hoffe ich immer bei solchen Präsentationen. Dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank an euch beide, dass wir dieses Event rekapituliert haben. Vielen, vielen Dank an alle, die zugehört haben. Wir hoffen, dass wir euch einen knappen Einblick geben konnten und euch einiges vielleicht Neues erzählt haben. Und dann würde ich sagen, vielen, nee, ich habe mich schon bedankt. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Vielen Dank, dass du den Brettspiel-News-Podcast gehört hast. Folg uns gerne auf Instagram, Facebook und Twitter. Wenn du dich mit anderen Brettspiel-Begeisterten austauschen wolltest oder uns Feedback geben möchtest zu unserem Podcast, schau auch auf unserem Discord-Server vorbei. Wir freuen uns selbstverständlich auch über eine Bewertung bei Apple Podcast. Ciao.